Hallöche Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber und ihr habt den Titel gesehen und ihr seid nicht froh drüber, ich auch nicht und es tut mir sehr leid. Heute also statt einem Nerf Video über die Nerf Rival Nemesis, die ich euch versprochen hatte, gibt es erstmal ein Vlog Infovideo dazu, warum heute kein Video kommt. Ich hatte euch den Blaster hier versprochen, ich hatte mich sehr drauf gefreut den vorzustellen. Ich meine, ich wollte ihn ja auch mal benutzen, ich hatte mich wirklich drauf gefreut. Das soll ein richtig geiler Blaster sein von dem, was ich gesehen hatte. Warum es jetzt kein Video gibt, kurze Antwort, Autsch! Die Sache ist auf jeden Fall, gut, ich gebe euch mal ein bisschen Kontext, ich gebe euch jetzt eine lange Antwort und am Ende des Videos bleibt am besten mal dran. Da mache ich jetzt nämlich eine Verlosung draus, also dass ihr wenigstens irgendwas noch am Sonntag bekommt, da geht es um eine Hyperfire. Aber ich bitte euch mal alles durchzugucken, denn da wird nochmal die Zukunft des Kanals ein bisschen mitbesprochen für die nächste Zeit. Es wird also nochmal ein bisschen wichtig für euch. Die Sache ist auf jeden Fall, zuallererst bin ich jetzt gerade ein bisschen kalt, es wird kühler, habe auch deswegen eine Jacke an. Ich war am Freitag dort an meinem Sport, letzten Freitag, ich hatte Sportunterricht. Es gab Volleyball und ich bin nicht so großartig, was Volleyballtechnik angeht, das Pritschen vor allem. Wenn man dann so ein kleines Gemeinschaftsspiel spielt, praktisch Ball über die Schnur, mit Volleyballen, in kleinen Teams, wird rüber geschmissen. Ich bin auf die großartige Idee gekommen, den Volleyball nur mit meinem kleinen Finger abzublocken. Keine großartige Idee, muss ich zugeben, nicht eine Glanzleistung meiner Intelligenz. Aber Ergebnis war dann halt, dass ich erst fünf Minuten später gemerkt hatte, ich konnte meine Fingerkuppel nicht bewegen. Das hier vorne war komplett bewegungsunfähig, es ist langsam angeschwollen, ich hatte mittelmäßige Schmerzen. So eine drei oder vier auf einer Skala von eins bis zehn. War also unangenehm und hat die ganze Zeit gepocht. Was mir Sorgen gemacht hatte, war, dass ich es vorne nicht bewegen konnte. Also hatte ich schon das Gefühl, entweder muss deine Sehne gerissen sein oder stark gezehrt oder irgendwie sowas. Oder der Knochen ist kaputt. Oder beides. Beides wäre auch möglich gewesen. Ich fange gerade richtig an zu zittern. Ach, ist so kalt hier. Wir gehen wieder in den Winter zu. Gut, das war auf jeden Fall meine Sorge. Aber es war Freitagnachmittag und ich musste noch ein Video drehen. Also habe ich mir gedacht, gut, machst du erst mal einen Verband rum. Zum Arzt gehen kannst du ja nicht, hatte jetzt keiner mehr auf. Wochenende ging auch nicht. Und da habt ihr auch letzte Woche gesehen in meinem Sonntagsvideo, da hatte ich einen Verband rum. Der war von mir selbst gemacht. Ich hatte das mit einem Stück Holz so ein bisschen geschient. Und es hat auch soweit gut funktioniert, es ist abgeschwollen, kein Problem. Ich konnte es eben immer noch nicht bewegen, nur ein Stück nach unten so ein bisschen. Wochenende habe ich dann auch abgewartet. Montag hatte ich auch keine Zeit zum Arzt zu gehen, denn da hatte ich eine Fahrstunde. Ich musste mich auf meine Fahrprüfung vorbereiten, war wichtig. Dafür bezahlt man Geld. Dienstag bin ich auf jeden Fall hin zum Arzt, aber die haben mir gesagt, Schulunfall, dafür sind wir nicht qualifiziert. Wir brauchen einen Durchgangsarzt und den haben wir nicht. Ich werde also ans nächste Krankenhaus weitergeleitet. Dann also am nächsten Tag, Mittwoch, gehe ich hin. Die gucken sich das einmal an. Ich werde geröntgt und dann stellt sich raus, ah, da könnte ein Knochensplitter sein. Es scheint auch was mit der Strecksehne zu sein. Also nur um das mal zu sagen, ein Muskel kann ja nicht drücken, sondern nur ziehen. Und wenn man dann seine Fingerkuppe auf und unter bewegen will, dann braucht man zwei Sehnen für. Eine, die nach unten zieht und eine, die nach oben zieht. Man kann nämlich irgendwie von unten drücken und ziehen. Das geht nicht. Also da ich das ein wenig nach unten bewegen konnte und überhaupt nicht nach oben, haben wir also die Theorie aufgestellt, ah, Strecksehne, die obere, die ist durch. Oder gezehrt. Was in die Richtung. Und es könnte mit einem Knochensplitter zusammenhängen, der eventuell auch da wäre. Wir waren uns noch nicht so sicher. Und dann hatte ich am nächsten Tag, also Donnerstag, da sollte ich nochmal wiederkommen zum Arzt. Die wollten sich das nochmal genauer ansehen und dann überlegen, was sie machen wollen. Da hatte ich allerdings gleichzeitig meine Fahrprüfung. Ja, BF17 wollte ich ja machen. Also begleitetes Fahren mit 17 Jahren. Und ja, wenn man da mit einem Verband auftaucht, den ich mir selbst gelegt hatte, das ist nicht so günstig. Das darf man nicht machen. Dann steigt nämlich der Fahrprüfvergleich wieder aus, kassiert das Geld und geht nach Hause. Habe ich also abgemacht, extra den Verband. Habe die Fahrprüfung dann natürlich bestanden. Habe ich ja mit links gemacht. Trotz der kleinen Verletzung. Hat mir nicht wirklich wehgetan zu dem Zeitpunkt. Habe ich dann bestanden. Ich bin auch sehr stolz drauf. Aber am selben Tag danach, eine Stunde später, bin ich dann nochmal ins Krankenhaus und die haben dann gesagt, äh, dann ist es definitiv ein Knochensplitter. Die Strecksehne ist auch durch. Wir müssen jetzt sofort operieren. Das ist nämlich schon fast eine Woche her, dass du dir die Verletzung angeeignet hast. Machen wir gleich Saal 1. Wir schieben dich rein. Ich habe sogar noch ein Bild davon, wie ich dann kompletter Ausrüstung da sitze. Naja, dann habe ich auf jeden Fall meine OP bekommen. Das war keine Vollnarkose oder eine kleine Narkose oder sonst was. Ich war also beim Bewusstsein und ich sollte eine örtliche Betäubung bekommen. Wir wurden hier also Nadel reingesetzt mit Betäubungsmittel und dann sollte ich da auch nichts mehr spüren. Und dann sollte ich auch nichts mehr sehen, weil sie mir einen Vorhang vor die Augen hängen, damit der Arzt arbeiten kann. Problem bei mir ist nur immer, ich hatte das schon öfter an den Zähnen, also solche kleinen Operationen. Da immer, wenn man mir solche örtlichen Betäubungen eingesetzt hat, habe ich das danach immer noch gespürt. Die haben bei mir nicht wirklich angeschlagen. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist. Könnte eine ADHS-Sache sein, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich habe schon mal eine Narkose bekommen und in drei Sekunden war ich weg, aber örtliche Betäubung geht bei mir gar nicht. Also hat es bei mir durchaus gekribbelt. Ich habe viel nicht gespürt, aber wenn zum Beispiel Skalpell angesetzt wird oder ähnliches, da tut schon weh. Es wurde auch reingebohrt. Also nur, um euch mal ein bisschen Kontext zu geben, so ungefähr 30% hätte ich wahrscheinlich noch gespürt. Aber zum Glück habe ich davon nichts gesehen, denn, das muss man dazu sagen, die waren dort alle sehr nett, die sind sehr schön auf mich eingegangen. Ich habe mich sehr viel mit den Schwestern unterhalten, um ein bisschen Stress rauszulassen. Das ist so mein typisches Ding, was ich dann immer mache, über Gott und die Welt erzählt. Und ach, ich habe einen tollen YouTube-Kanal, ich habe eine tolle Community, ihr seid total super. Habe ich also gerne so erzählt. Die Sache war aber auch schön, die haben ja, wie gesagt, so einen Vorhang vorgehängt, denn der Doktor war, das hat er wirklich so gesagt, er mochte es nicht, wenn man ihnen auf die Finger gucken würde. Ich dann so, ja, geht mir genauso. Ich mag es nicht, wenn man nur auf die Finger guckt. Ja, die Sache war auf jeden Fall, dass sie den Knochen dann wieder an die richtige Stelle drücken müssen. Die mussten dann auch irgendwie die Strecksehnen richtig befestigen, zusammentackern. Ich habe mir nicht die ganzen grausigen Details angehört, aber es ist anscheinend so. Die haben mir den Knochen gebohrt, die haben mir dort ein Draht reingelegt. Hört sich nicht nur eklig an, das fühlt sich auch noch wirklich eklig an. Ja, wirklich eklig an. Das ist nämlich der Hauptfaktor, aus dem ich hier sitze. Ich spüre jede kleine Bewegung durch den gesamten Knochen. Es tut wirklich verdammt nochmal weh. Ich habe jetzt auch Schmerzmittel und alles bekommen, aber die Sache ist eben, ich kann damit keinen Blaster auspacken. Ich kann ihn nicht in der Hand halten. Ich kann damit nicht rumlaufen. Ich kann keine Fanpost auspacken. Ich kann nicht schreiben. Ich kann keine Autogrammkarten machen. Ich kann in der Schule nichts mitschreiben. Ich bin da an sehr vielen Stellen gehandicapt wegen meinem verdammten kleinen Finger. Großartig, nicht wahr? Und wie es jetzt im Moment aussieht, wird es wahrscheinlich noch fünf Wochen so bleiben, dass der Draht und alles drin bleibt. Also ich weiß nicht, wie das so weitergeht, aber in fünf Wochen wird es dann alles rausgenommen und selbst danach muss es ja dann wieder alles zusammenheilen. Es wird eine ganze Weile lang so bleiben, dass ich erstmal keine Nerf-Videos machen kann. Und das ist eben das große Problem. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht ist es in zwei Wochen schon so weit, dass ich auch wieder was machen kann. Ich meine, ich kann ja nicht mal Video schneiden. Ich brauche dafür meine rechte Hand. Ich bin Rechtshänder. Und wie soll ich die Maus bedienen? Denn es ist alles sehr ungünstig. Ich habe noch eine Menge Video-Ideen offen, wo ich auch solche Laber-Videos mache, wo ich nur da sitze, wo ich jetzt nicht viel schneiden muss, wie das auch hier ist. Aber es ist alles nicht so perfekt. Also in den nächsten Wochen, ich werde euch immer mal wieder auf dem Laufenden halten, aber es wird eh wahrscheinlich nicht zu Nerf-Videos kommen. Ich habe allerdings in Zukunft noch so ein bisschen was geplant. Ich möchte noch zur ONC, zur OVI-Nerf-Community kommen, wieder zu einem Battle. Das wäre am 1.10. Problem ist eben auch da, ich kann nicht wirklich aktiv spielen. Ich könnte eventuell eine Regulator so mit links benutzen, wo ich dann rechts mit den oberen drei oder vier Fingern den Blaster halte und dann rumschieße. Oder eben die Munition von den anderen auflade oder ein bisschen das Ganze versuche, mit zu koordinieren. Ich werde auf jeden Fall mit dabei sein. Ich werde mich auch schon sehr darauf freuen, euch alle zu treffen. Aber auch mit Autogrammkarten wird es an der Stelle wieder schwierig. Also müsstet ihr euch vielleicht auf Bilder beschränken. Ich muss halt gucken, wie es ist. Vielleicht kann ich auch mit links unterschreiben. Vielleicht ist es dann schon wieder halbwegs in Ordnung. Es ist alles noch ein bisschen unsicher. Ich dachte nur, ich halte euch in der Hinsicht erst mal auf dem Laufenden. Also ich werde jetzt nicht mit den Videos generell aufhören. Aber so wie ihr es gewohnt seid, Nerf-Videos wird es jetzt eben nicht geben können. Ich kann keinen Blaster festhalten. Und ich meine, das hier lenkt auch schon ab wie Sau. Ich meine, beim Schneiden letztes Mal, wie ich das schon bemerkt, da hat es ja nicht weh getan. Da konnte ich nur halbwegs schneiden. Das ging ja alles in Ordnung. Aber das hat mich so aufgeregt, dass ein verdammter Verband im Video war. Weil das jetzt weiß und es lenkt ab, es ist nervig, sage ich euch. Abgesehen davon wollte ich noch mal ganz kurz sagen, nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Ich habe nicht irgendwie künstlichen Bräune aufgelegt. Das ist kein Blut. Das ist tatsächlich Desinfektionsmittel, was wir darauf geträufelt haben. Es ist hier tatsächlich den Arm runtergelaufen, wenn man das sehen kann. War auf jeden Fall schön. Und ich kann es ja nicht abwaschen, weil Wasser, Verband, Wunde passt nicht so ganz. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert. So viel Blut steckt, glaube ich, in einem kleinen Finger nicht drin. So, ich wollte noch dazu sagen, ach ja, jetzt für die nächste Zeit, wir müssen eben gucken, wie es mit Videos aussieht. Ich habe genug Ideen, die man auch so verwirklichen kann, wie bereits gesagt. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Des-Pudels-Kern in diesem Video. Wie soll es jetzt in Zukunft aussehen? Ich möchte ein Fragen-Antwort-Video machen. Und ihr sollt natürlich heftig dazu beitragen. Ich werde jetzt nicht irgendwie alte Fragen von alten Videos raussuchen. Und stellt mir hier unter diesem Video Fragen, wie ihr wollt. Allerdings möchte ich euch darum bitten, nicht solche Standardfragen zu stellen. Wie alt bist du? Was ist deine Lieblings-Nerf? Das habe ich schon zuhauf beantwortet. Oder solche Fragen von wegen, ich habe Nerf A und B. Welche würdest du mir empfehlen? C oder D? Was würdest du sagen? Was empfiehlst du mir? So etwas kann ich immer in den Kommentaren beantworten. Das ist aber so ein bisschen uninteressant auch für alle anderen. Stellt mir wirklich ein paar kreative Fragen. Die Sache ist nämlich, ich habe euch ja versprochen, dass ich irgendwas verlosen würde. Der Gewinn wäre tatsächlich ein sehr großer Blaster, nämlich die Hyperfire. Also ihr wisst schon, so ein richtig fettes Geschütz. Einer der schnell schießenden Nerf-Blaster überhaupt, die man gerade haben kann. Also die motorisierten Endstrike-Blaster. Man muss immer so ein bisschen einschränken. Also einer der schnellsten Nerf-Blaster, die man gerade haben kann. Ist wirklich ein geiles Teil. Das würde ich euch auf jeden Fall verlosen. Allerdings möchte ich euch darum bitten, jetzt nicht in den Kommentaren darum wirklich zu betteln. Das ist ja jedes Mal, wenn irgendjemand was verlost, wird immer gefragt, kann ich das bitte, bitte haben? Ich liebe dich und so weiter. Nichts von gut, aber ich mag solche Battle-Kommentare nicht. Und wenn dann Leute so rum bitten, dann würde ich euch das wahrscheinlich auch nicht geben. Bös, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich gebe das einfach nur per Zufallsprinzip unter den Leuten raus, die kreative Fragen stellen. Ja, und dann werde ich gucken, wann das Video rauskommt. Wir werden in Zukunft noch sehen, wie es mit der Gesundheit aussieht, wann ich wieder richtig Videos machen kann. Es frustriert mich selbst wie Sau, dass es jetzt nicht vorangeht, obwohl es wirklich nur der kleine Finger ist. Kleiner Finger, großes Problem. Und wie gesagt, da steckt ein Draht drin. Jede Bewegung spüre ich durch den ganzen Finger. Ich habe wirklich einen schlechten Draht zu der Situation. Den habe ich jetzt, ja, den Witz habe ich mir eine Weile lang aufgehoben. Ich werde euch auf jeden Fall noch in Zukunft auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass ihr jetzt mir nicht allzu sauer seid, dass jetzt kein Video kommen. Es war recht überraschend für mich. Ich hätte eventuell vorproduziert, wenn ich gewusst hätte, dass es jetzt eine Operation und so weiter gibt. Die haben mir das auch am Tag vorher nicht gesagt. Ich hätte gern was vorbereitet, aber gut, es ist halt Schicksal. Es ist gekommen, wie es ist. Wir werden jetzt das Beste aus dieser Situation rausholen, wie es halt nur möglich ist, was man da jetzt halt so anstellen kann. Also an Videoideen, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre eventuell eine Roomtour, die Preview zu den jetzt rausgekommenen Nerves, also was ich schon mal vorgestellt hatte, was jetzt so neu rauskommt an Neuheiten. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Es sind generell solche Lava-Videos, wo ich die Hand nicht für brauche. Ihr könnt mir mit diesen Voraussetzungen eventuell noch mal ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich wäre dazu auch definitiv offen. Es würde allerdings dabei belassen, dass ich jeden Sonntag 9 Uhr ein Video hochlade. Es würde jetzt nur in der nächsten Zeit eben kein Nerf-Video sein, wie gesagt. Allerdings werden wir uns auf jeden Fall spätestens nächsten Sonntag sehen. Ihr merkt schon, ich möchte mich jetzt verabschieden. Es ist auf jeden Fall erstmal alles gesagt. Ihr könnt mir weiter die Fragen stellen. Ihr wisst Bescheid. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch recht bald. Nächsten Sonntag, wie gesagt. Bis dahin macht's allerdings genauso wie ich und weiss euch durch. Euer Magic Vira. Tschüss.